Es geschehen doch noch Wunder. Köln verliert zu Hause, Augsburg gewinnt dementsprechend auswärts. Aber dass sich der Geistbock ausgerechnet von einem Dorsch und einem Hahn fertig machen lässt, war nicht zu erwarten. Das Derby, das keins sein möchte. Das Spitzenduell, das es auch nicht sein möchte. Der Ex-Hoffenheimer Grifo hat der TSG sicherlich noch nie so sehr geholfen wie durch den vergebenen Elfmeter. Das ist jetzt aber wirklich ein Derby, oder? Zumindest ein kleines. Dortmund verspielt die Meisterschaft mal wieder auswärts. Sollte der VAR bald anfangen, Fußball zu spielen, könnte Schalke als Hassklub Nummer 1 der Dortmunder in Kürze abgelöst werden. Die Bundesliga ist einfach ein Premiumprodukt. Jeder kann jeden schlagen. Schade nur, dass der FC Bayern Teil dieser Liga ist. Auf der anderen Seite kann man ihn auch nicht vorwerfen, mit kleinstem Einsatz den nationalgrößten Erfolg rauszuholen. Immerhin sind sie nicht mehr im Pokal dabei. Die Hertha scheint sich einigermaßen gefangen zu haben. Und jetzt trifft auch noch Davy Selke. Das Ende ist nah. Apropos Ende. Wenn Bielefeld nicht bald lernt Tore zu erzielen, ist die Reise im Oberhaus bald vorbei. Leipzig hat scheinbar mal wieder Lust, Fußball zu spielen. Aber gegen Mannschaften wie Gladbach macht es auch einfach Spaß. Keine Gegenwehr, leblose Vorstellung der Gäste. Aber wenn es nicht mehr läuft, sucht sich Hütte einfach eine andere Mannschaft mit anderen Vereinsfarben. Mavropanos ist der beste Torschütze des VfB. Und Kohfeldt hat es mittlerweile geschafft, die Philosophie, die er bei Werder verfolgte, auch beim VfL zu etablieren. Ehre, wem Ehre gebührt. Union wollte sich gerne in die Geschichtsbücher eintragen. Das schafften sie nun. Naja, herzlichen Glückwunsch. Die Abwehr von Leverkusen bewegte sich tatsächlich jenseits von Gut und Böse. Frankfurt konnte in voller Linie überzeugen. Oliver Glasner wäre doch eigentlich einer für Borussia Mönchengladbach, oder Max Eber? Jo, das waren 9 Spiele in ungefähr 90 Sekunden. Bleibt gesund, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Haut rein und guten Wochenstart.